Lerne Eva Pattberg kennen, das atemberaubende deutsche Model, das drei Sprachen fließend spricht, Deutsch, Englisch und Spanisch. Mehrsprachigkeit kann Ihnen einen Wettbewerbsvorteil in der Welt der Modellierung verschaffen, da Sie mit Kunden und Designern aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenarbeiten können. Eva Pattberg ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Sprachkenntnisse Ihre Karriere verbessern und Ihnen helfen können, ein globales Publikum zu erreichen. Warum also nicht in Evers Fußstapfen treten und in ihre Sprachkenntnisse investieren, ob aus persönlichen oder beruflichen Gründen, das Erlernen einer neuen Sprache kann deinen Horizont erweitern und dein Leben auf unzählige Arten bereichern.